Das coolste an meinem Job ist, dass die Logistik eine wahnsinnig abwechslungsreiche und interessante Branche ist. Die größte Herausforderung in meinem Job ist die Schichtarbeit. Der wöchentliche Abtausch zwischen Früh-, Nachmittag- und Nachtschicht ist definitiv eine Herausforderung. Dennoch lässt sich das gut mit dem Privatleben vereinbaren. Ich bin Schichtleiter im Schnelldrehlager bei REWE und die REWE ist im Lebensmittel- und Drogeriefachhandel tätig. Ein typischer Arbeitstag schaut bei mir so aus, dass zu Beginn der Schicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeteilt werden in diverse Bereiche. Während meiner Schicht bin ich zuständig für den reibungslosen Ablauf. Der Schicht, damit unsere Märkte wie BILA, BILA Plus und Kooperationspartner beliefert werden. Um einen Job machen zu können, wäre eine abgeschlossene Berufs- oder Schulausbildung von Vorteil, dennoch nicht zwingend nötig. Da man auch als Quereinsteiger bei uns im Konzern sich intern weiterbilden kann mit diversen Kursen und Seminaren. Darüber hinaus sollte man stressresistent, flexibel, kommunikativ und eigenständig arbeiten können. Kursen 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 Kursen